In diesem Film lernen Sie die drei Auslösemechanismen für Animationseffekte kennen. Diesen vier Objekten wurden Animationspfade zugewiesen. Weil die Startart manuell ist, müssten Sie während der Präsentation viermal klicken, damit sich die Objekte der Reihe nach in Bewegung setzen. Nehmen wir an, Sie möchten, dass sich die Objekte zwar nacheinander in Bewegung setzen, aber Sie wollen dazu nur ein einziges Mal klicken. In diesem Fall bilden Sie eine Animationskette. So geht's. Für das erste Objekt bleibt der Auslöser manuell. Alle folgenden Objekte werden der Reihe nach automatisch ausgelöst. Markieren Sie also in diesem Beispiel die Objekte Nummer 2 bis Nummer 4 und wählen Sie als Startart nach Vorheriger. In der Bildschirmpräsentation klicken Sie ein einziges Mal und die Objekte setzen sich ohne weiteres Zutun nacheinander in Bewegung. Wenn Animationseffekte nicht nacheinander, sondern gleichzeitig ausgelöst werden sollen, wählen Sie die Startart mit Vorheriger. Auch hier gilt wieder, dass der Auslöser für das erste Objekt manuell bleibt. Dankeschön. Dankeschön. making. Untertitelung des ZDF, 2020